yo was geht ab leute mischer hier am start und bevor es mit dem video losgeht muss ich euch einfach mal was sagen ich bin verdammt gut gelaunt aus zwei gründen erstens mal mein leben läuft einfach wie es sein sollte alles stimmt ich bin happy und jetzt kommt 50.000 subscriber auf youtube seit heute nicht mal ein halbes jahr ist es her als ich mich entschieden habe für euch einen deutschen kanal zu machen wie die einigen von hier schon wissen ich habe damals ja nur deutsche videos nur englische videos gemacht auf jeden fall seit heute bin ich im 50.000er club und das habe ich vor allem euch zu verdanken den ganzen support die ganze leute die meine videos immer liken die ganzen leute die immer meine videos teilen die über mich reden ich danke euch von ganzem herzen wir machen genauso weiter ich bleibe auf kurs ich verspreche es euch und dazu kommt dass ich am montag geburtstag haben werde ich werde 23 und da ich eigentlich nicht so der typ bin der gerne geburtstag feiert und auch nicht wirklich so auf geschenke aus bin habe ich gedacht ich nutze die möglichkeit und feiere diese zwei sachen mit euch und mache euch ein geschenk das heißt jeder der von jetzt bis zum 27 mein lean bulk system bestellt bekommt wie damals bei der weihnachtsaktion einen 40 euro gym aesthetics gutschein von mir guckt mal an dieses teil würde ich euch empfehlen zu kaufen das ist jetzt das neue military look ding absolut genial 40 euro gutschein geht an euch wenn ihr von heute aus das heißt heute was ist heute der 23 wenn ich mich nicht täuschen bis zum 27 januar das heißt wenn ihr in diesem zeitraum bestellt bekommt ihr diesen gutschein von mir natürlich nur bei vollzahlung also nicht bei teilzahlung und das ist mein dankeschön an euch und wie gesagt wenn ihr heute noch einsteigt gebt noch mal ordentlich gas bis zu fibo und wenn ihr es nicht zur fibo schafft schicken wir auf jeden fall transformation bilder ich bin immer wieder sehr froh wenn ich da sehe wie die leute fortschritte machen mit meinem programm es ehrt mich wirklich sehr und ja das war es jetzt eigentlich auch schon einfach mal dass ihr das noch gehört habt vielen dank noch mal für alles und auf ein brutales 2014 mit euch mit dem lean bulk zur besten form unseres lebens leute man sieht sich euer mischa viel spaß mit dem video polska genetics hardcore natural bodybuilding and more yo lady was geht ab ich wollte euch nur noch einmal kurz meine ernährung schildern die ich momentan so fahre also das ist echt krass das ist jetzt 7 uhr ich bin heute um 10 aufgestanden habe etwa um halb elf gegessen circa um halb elf mein polska cake inklusive kneckebrot ein bisschen und käse waren 1400 kalorien am morgen und danach bin ich ins training gab es eigentlich nur noch 10 gramm bca und den pre workout shake im allgemeinen und dann bin ich so um zwei uhr mit joel ins training etwa vielleicht auch halb drei auf jeden fall bis wir dann fertig waren war circa sechs uhr bis ich wieder zu hause war und jetzt ist 7 uhr und ich bin dann ich habe eine mahlzeit weitere gegessen 2500 kalorien und zwar war das heute 250 gramm reis mit 250 gramm pute und gemüse das war eine riesenschüssel voller essen habt das ja auch schon gesehen und dann habe ich mir direkt nachtisch gemacht zwei protein regel also zwei quest bars und so ein selbstgemachtes früchte desser mit bananen datteln haselnüssen geraspelten und manga joghurt und das war's ich bin durch voll gefressen bis zum geht nicht mehr und ich mache jetzt mehr oder weniger seit drei wochen so also ich habe jetzt an den trainings freien tagen es sich meistens drei mal weil es dann natürlich die spanne zwischen training wo man ja keinen hunger hatte also ich habe im training selber nie hunger also es ist für mich eigentlich immer viel einfacher am trainingstag also im trainings freien und im trainings freien tagen verhungere ich immer fast darum esse ich dann auch drei mal und habe sogar noch mehr gemüse drin als heute also heute hatte ich direkt ein kilo gemüse mit dem huhn das war wirklich eine riesenschüssel und ja ich bin jetzt richtig voll aber es ist man gewöhnt sich dran also das ist krass in den ersten zwei jahren habe ich sechs mal zeiten gehabt dann bin ich runtergegangen auf drei bis vier und jetzt dieses jahr sind es noch zwei bis drei also es ist krass sich das bei mir verändert die mahlzeiten werden immer größer und die frequenz immer tiefer und wie gesagt ich habe weder ein vor noch ein nachteil dadurch jetzt gemerkt es hat sich jetzt einfach so ergeben das will ich euch einfach wieder mal sagen es muss nicht immer zwingen also wie gesagt ich für die meisten leute die normalen geregelten arbeitstag haben mit mittagspause etc für die leute empfehle ich natürlich sowas nicht ich habe ja früher auch nie sowas gemacht da wie gesagt dann auch die ganze die ganze tagungsablauf anders ist aber wenn ich jetzt hier ich werde jetzt noch sicher drei stunden arbeiten noch youtube videos zusammenschneiden und dann werde ich noch ein bisschen hängen und ich muss ganz ehrlich sagen ich habe es ich liebe es mittlerweile mit gut verdaut gut verdaut noch mit ein bisschen wasser ins bett zu gehen noch ein bisschen tee zu trinken und dann wirklich am morgen auch mit diesem richtig krassen heisshunger diesen höllenfeuer im magen aufzuwachen weil wenn man hat immer noch direkt vor dem pennen gehen was frisst dann ist das meistens am morgen immer noch so mal und man hat nie dasselbe feeling also ich finde mein körper verstoffwechselt so die die nahrungsmittel viel besser er ist viel dankbarer aber das ist auch ein subjektives empfinden jetzt und für normalen arbeitstag da habe ich jetzt zum beispiel im lean bulk system habe ich da mein standard plan planning raus gehauen wie es zum beispiel auch dieser dr joe klametsky macht also das heißt frühstück dann snack dann mittag dann snack pre-workout snack und dann abendessen und das ganze ist dann immer aufgeteilt in einmal fat carbs protein dann der snack ist dann nur ein bisschen carbs oder ein bisschen fats dann mittag low carb dann pre-workout carbs only und dann am abend vor allem wieder alles vor allem aber carbs und das ist so der standard und mit dem fahren eigentlich 90 prozent meiner kunden gut und in lean bulk system habe ich auch nur etwas positives gehört jetzt aber wie gesagt das kann dann jeder ein bisschen selbst für sich einplan also ich habe da auch leute die machen es auch schon wieder anders gewisse leute die mühe haben viel zu essen müssen dann vielleicht wieder in normalzeit mehr hinzufügen oder das abendessen splitten also die leute die jetzt nicht direkt wie ich so 250 gramm reis runter bekommen aber einfach dass ihr das auch wieder mal gehört habt jeder kann sozusagen eigentlich essen wie er will er kann eigentlich seinen rhythmus leute die jetzt immer sagen ja am mittag habe ich absolut keine zeit oder ich mag einfach dieses oder die leute die sich gezwungen fühlen in der mensa zu essen und aus irgendeinem grund wie auch immer halt nichts vorkochen können oder wollen oder 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 keine zeit auch keine zeit für das haben dann macht es einfach so wie ich es am morgen eine riesen mahlzeit und dann gibt es einfach am abend wieder essen und ihr werdet sehen euer körper stellt sich darauf ein solange das wohlbefinden abgesichert ist ist es in meinen augen sehr 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 sekundär wie das mal wie die mahlzeitenfrequenz aussieht also von wegen muskelverlust oder nacht am morgen früh direkt also wie gesagt ich brauche morgen das essen aber es gibt auch leute die essen jetzt zum beispiel der eda der hat für sich herausgefunden dass sie am morgen keine carbs braucht und sie dann lieber form vor dem training und nach dem training einstreut aber das ist nicht das ist auch nicht unbedingt richtig für jeden also wenn ich einen kunden habe dann würde ich dem nie direkt einfach was aufschwatzen wollen ich gebe dem meine empfehlungen und entsprechend von diesen empfehlungen kann erst einmal ausprobieren und mir dann auch sagen was nicht passen dann passen wir es an also wenn ihr euch ein coach sagt macht was so und nicht anders dann ist es ein schlechter coach der nicht auf euch eingeht wie gesagt was mahlzeitenfrequenz betrifft und timing da scheinen sich die geister wohl mehr als bei jedem anderen thema und einfach dass ihr das mal wieder gehört habt lasst euch nicht irgendeinen scheiß einreden dass es nur so funktioniert es funktioniert auch so wie jetzt bei mir ihr seht und bei mir hat sich das wie gesagt vor allem so ergeben durch den neuen tagesrhythmus dass ich ein bisschen länger schlafe und in der ich sag jetzt mal in der spätzeit ein bisschen länger arbeite und vor allem jetzt auch zu einer zeit trainiere wo es eben nicht so ja nicht so konventionell ist so ein nachmittag und ich auch allgemein immer länger im studio bin also ich mache dann öfters auch mal so dass ich wirklich noch black rolling mache oder vielleicht noch irgendwas video mäßiges drehe oder noch kurz einkaufen gehe davor bevor ich ins studio gehe also es wird dann nachdem also das frühstück wird gegessen um elf durchschnittlich so und dann geht es vier stunden drei bis vier stunden bis ich im gym bin und dann geht es noch mal zwei stunden vom gym oder drei heute sogar bis zum abendessen und dann kann ich wirklich das in einer sitting runter machen das kein problem für mich und wenn ich trainings frei habe dann gibt es am morgen essen am mittag wie immer low carb einfach einen riesen salat mit chicken und noch zum dessert so ein bisschen was fettiges und mandelmus oder ein paar nüsse und dann am abend wieder bombe einfach riesen viel essen cycle tue ich momentan auch nicht meine carbs also das heißt ich habe jeden tag auch ob ich trainings frei habe habe ich fünf fünf und zwanzig und funktioniert auf jeden fall blendend bei mir und ja damit habt ihr jetzt ein kleines update bekommen von meinem essen muss es nicht heißen dass ihr es auch so machen müsst aber wie gesagt versuchen kann man es immer mal ist es schon fast IF was ich jetzt mache also interminient fasting oder ich spreche glaube ich falsch aus aber auf jeden fall IF könntet ihr ähm sieht ja so aus dass man acht stunden isst und 16 stunden fastet und das kommt bei mir eigentlich schon fast hin wenn ich um elf meine erste mahlzeit esse und dann erst wieder also beziehungsweise von elf bis und dann um sieben bin ich fertig dann sind das ja ein bisschen mehr ein bisschen mehr als acht stunden aber ne sind genau acht stunden und dann jetzt esse ich bis elf wieder nichts von sieben bis elf das sind dann auch wieder zwölf stunden 16 stunden also für mich passt und ja das war es jetzt leute man sieht sich bis zum nächsten mal peace out